So Leute, weiter geht es mit Dead or Alive 2 und diesmal ist der gute Leon dran. Ich bin ein Profis. Ich bin ein Profis. Los geht's! Das war's für heute. Das war's für heute. So schnell kann's gehen. So, jetzt noch Tango auf's Maul hauen. Ah, von der Aufstehen hat er auch noch nichts gehört. Das war's für heute. Get ready, fight! Was soll ich da jetzt noch machen, Alter? Junge, der wechselt einfach jedes Mal das Feld. Er hat perfekt gewonnen, ne? Alter. Er hat keine Chance, ich hab nichts gesehen. Junge, ich steh auf und er knallt mir schon mal rein, ey. Ja, gegen den Double-Angriff kann ich nicht viel machen. Und er zieht natürlich auch viel mehr als meine Angriffe. Na, schade. Schade, ich dachte, wir könnten ihn noch perfekt raushauen. Aber sollte nicht sein. Okay. Damit haben wir den guten, äh, Leon auch fertig. Wir sehen uns beim nächsten Charakter, wie ich gleich.